hallo und herzlich willkommen zur verflixten 77 folge von ls19 goldgräber hier in meinem kanal schön dass du persönlich hier erschienen bist und dir wieder einmal eines meiner videos anschaust da freue ich mich doch sehr und hier sind wir jetzt also bei einem fantastischen preis den wir hier bekommen hoffentlich schauen wir mal wie das mit den lage trägern ladeträgern funktioniert denn das wird hier viel zu früh sein und das wird glaube ich nicht funktionieren der wieder wahrscheinlich voll rausfahren weil er hier drüber gefahren ist könnten wir höchstens jetzt schon mal den so ein bisschen vorziehen das problem wird nur sein wenn wir jetzt mit dem anderen hierhin fahren guck mal 42.000 ist das geil ist das geil dann wird er wahrscheinlich den dann gar nicht abladen weil der träger zu weit hinten ist das hatten wir mit dem aufladen eben schon oben beim beim steinbruch ich sag ich sag ich sagte gerade hatten wir eben aber das ist jetzt nicht für gardero plus zuschauer die das immer alle folgen am stück einer staffel sofort und komplett werbefrei gucken können die besser qualität die haben das ja eben vielleicht schon gesehen ja das ist ja nein nicht laden einen kleinen ticken noch habt ihr gesehen einen ticken noch ein ticken noch kommen kleinen ticken noch so schön mittig dann ist aber das ist aber so knapp da kannst du aber mal gucken kannst du da aber mal aber es hat funktioniert und wir haben schon wieder 200.000 konto jetzt bloß nicht die zeit vorlaufen lassen weil wir haben ja gerade so guten preis aber dann kriegen wir natürlich die goldpalette nicht verkauft und ich wollte das ja hatten mal gucken auf jeden fall schön dass du wieder da bist und dann gucken wir mal was wir stattdessen machen also erstmal wieder hier voll machen klar er wird auch die kohle verkaufen ist das wirklich mal testen wie das jetzt ist wenn das so unterschiedlich lange dinger sind und ja was wir auch neu haben ist hier jetzt nummer drei im bunde da müssen wir auch gucken dass der jetzt schön schön die anlage oben im norden befüllt weil davon hängt natürlich unsere stahl und kohle produktion ab die soll natürlich auch laufen und ich kann auch schon mal so ein bisschen spoilern ich hatte ja immer angedeutet ich möchte hier was testen dass wir hier so ein komisches schlauchförmiges gebilde bauen ist kein zufall und ich möchte hier was testen ich habe ein bisschen was getestet und bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen ich habe es noch nicht ans laufen bekommen so wie ich das gerne hätte ihr könnt ihr schon mal gerne in den kommentaren spekulieren was es denn sein könnte ich will aber fast vermuten ich will euch natürlich als zuschauer nicht unterschätzen aber ich finde sie eigentlich nett aber ab und zu mal ein bisschen zuschauer das muss sein ich könnte natürlich auch jetzt ein video anfangen mit hallo meine freunde oder so aber da ist mir dann der freundschafts begriff doch zu wie soll ich sagen speziell eventuell würde ich ja auch wirklich dann alles gegen volvo wolven tauschen wollen wollen wir tauschen zurück weil da gucken wie das jetzt aussieht ohne tailgate tailgate london der wird auch beim dritten mal ich lustig ja glaube ich ja mach's nix aber gut du als mein zuschauer bis der kummer gewohnt und ja wenn uns das projekt gefällt dann lasst es doch gerne mich wissen indem ihr einen daumen da lasst ein abo da lasst und die glocke an macht all das signalisiert youtube dass dieser content doch bitte aufzufinden sein sollte wenn denn jemand auf youtube nach diesem oder ähnlichen ding sucht und ja das geht nur mit deiner hilfe so ist es normal da da musst du auch mal ein bisschen mitarbeiten als zuschauer das geht nicht anders so wir gucken uns das mal an geht aber ne würde ich sagen kann man mal machen so dann haben wir das geschaufelt dann was was hatten wir dann kohle direkt verkauf und gold müsste ja auch eine palette wieder durchgelaufen sein die wird aber wahrscheinlich nicht voll sein ist das problem und es juckt mich in den fingern dann auch das mit dem stahl zu probieren das heißt ich würde dann vielleicht die beiden goldpaletten verkaufen fahren je nachdem wie der preis ist gucken wir gleich sind wir mal gespannt vor allem aber den kollegen hier mal eben voll ich finde es übrigens sehr schön wie moment der kommentarbereich auch wenn er etwas ruhig geworden ist in letzter zeit selbst regulieren doch ist da kommen ab und zu kommen mal so schwurbel leute die da auftauchen die filter blasen opfer ich will den menschen ja nichts den muss ja eigentlich im wesentlich nur geholfen werden ähm und da gibt es wirklich sehr viel selbst regulierung von euch so dass vieles gar nicht bei mir aufschlägt was mir schlechte laune machen würde also ganzen was so in diese ganzen verschwörungsrichtungen geht ist ja gerade im moment ziemlich schwierig und ja da freue ich mich dass jeder artig und fleißig mithelft dass irgendwelche blödsinnigen geschichten hier sich nicht verbreiten so auch schon wieder der nächste es ist ja jetzt natürlich okay die nächsten folgen nur schaufeln nein das wird nicht passieren da kennt er mich dafür was macht denn der road train der ist am rückweg ne genau der muss wieder aufgefüllt werden ich glaube wir werden wirklich das hat ja auch schon der ein oder andere zuschauer ausgesagt probleme mit der fabrik bekommen also eventuell müssten wir in der tat noch eine zweite fabrik irgendwo platzieren die unseren teilstoff herstellt und wir müssen sowieso mal gucken wenn die fahrzeuge die wir im einsatz haben tanken müssen würde ich ja dann auch gerne nicht auf den abgestorbene pflanzen von vor millionen jahren treibstoff zurückgreifen sondern auf den nachhaltigen da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig wie das funktioniert weil naja wir hatten ja immer ihr erinnert euch vielleicht noch in den ganzen let's plays seit ls 13 immer so ein service wagen ich glaube zum ersten mal habe ich den richtig eingesetzt in der auf der proform glaube ich war das da haben wir den zum ersten mal eingesetzt oder das ist ja gar nicht mehr und dann fand ich es immer recht praktisch ne da war dann alles drauf was man so brauchte und easy lief naja was wir jetzt noch gucken müssen ist natürlich ob jetzt der kollege da oben vernünftig in die nord anlage einkippt weil die träger sind natürlich auch anders bei einem anderen fahrzeug größer denn bewegt sich erschreckend langsam nicht dass da was passiert ist da wäre irgendwo vorstehen geblieben da wird ja irgendwelche fahrzeuge nicht zurück zum zur halle gefahren sind und da fragt ihr euch natürlich ey garderole du hast doch autodrive drauf da kannst du doch dann eh einstellen dass die fahrzeuge automatisch zurückfahren warum machst du das nicht du hayopay aber wie ich das schon eben sagte du bist ja als mein zuschauer durchaus zuweilen koma gewohnt all right ja hier geht es nicht weiter hier habe ich jetzt gar nicht dran gedacht natürlich das muss ja auch noch alles größer werden hier wird ein bisschen gedreht er hätte ja ich gedacht das klappt warum ist er nicht müsste die komplett daneben drehen oder was ist natürlich nicht so schön so und dann wieder zurück er will nicht gut ja da müssen wir viel größer wendekreis haben hier könnte ich ja auch daran denken können oder wir fahren über den ausgang rein muss eigentlich muss der schon das schaffen hier aber wie machen wir das da müssen wir quasi in der jwd hier irgendwie aber die andere strecke kreuzen das gefällt mir ja so gar nicht und dann müsste er wie hier wieder zurück rein das gefällt mir nicht weil es hier die andere strecke kreuzt das gefällt mir nicht weil es hier die andere strecke kreuzt ganz ehrlich wenn es wird sehr selten da was passieren weil da sehr selten begegnungsverkehr sein wird aber hey ich habe schon pferde kotzen sehen auf dem flur vor allem vornehmlich wir testen es mal das geht es ja schon hier nicht ne ernsthaft oh mann hatte ich die folge nicht begonnen mit die verflixte 77 folge ich wollte mal kurz nachhören ach war das so ok woher mal ja das wird nicht klappen dafür ist das einfach ein außergewöhnlicher use case hier den wir haben obwohl das ist nicht ganz mittig ja gut das habe ich nicht kommen sehen der ist einfach zu schnell reingebrettert und das ist nicht ganz mittig mhm das müssen wir schon mal so machen naja habe ich daran gedacht dass das möglicherweise zu eng werden könnte hier also ich bin gespannt aber das wäre schön wenn es mal auf anhieb wenn man auf anhieb hier was klappen würde das wäre ja was was das da ich bin hoffen können wir verkaufen so wir schauen ich bin gespannt naja wir mal einfach hier rüber ich habe da schon mal was vorbereitet aber ich habe möglicherweise sollte ich dann hier die trägerpunkte auch noch ein bisschen vergrößern weil dann können wir theoretisch einfach nur durch vorbeifahren dann vorbeifahren das passend machen weißt du wie ich meine er fährt ran warum dann müssen wir uns doch noch mal genauer angucken ich denke mal der hatte ja nicht genug Platz nach vorne die fahren ja auch immer so komisch so jetzt noch mal alle alle jetzt aber rum komm ja wir müssen noch ein bisschen weiter drehen glaube ich das heißt wir machen den weiter nach vorne denn hier alles einmal weiter rum so und dann noch mal das ist der fährt nicht weit genug warum nicht aber es könnte passen so ja okay damit läuft die anlage auch gucken wir jetzt ob er noch rauskommt das ist ja auch mal so eine spannende geschichte sieht auch alles ein bisschen komisch aus aber ich sehe auch komisch aus und funktioniere trotzdem na gut ich glaube da können wir den ich glaube da können wir den triggerpunkt nochmal versetzen hier hinten den aber da kommen wir jetzt gar nicht dran ne so gut dann fährt er wieder zur goldmine und hier läuft ja alles natürlich wieder nicht weil das ding da irgendwie verrutscht ist das ist natürlich auch blöd achso und hier geht es nicht weiter weil wir kein wasser haben ach da wollen wir auch noch an das thema machen wir die nächste folge bis dahin bis dahin bis zum zuschauen auf wiedersehen tschüss 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 tschüss